Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Freunde der Kidicle Mars Essen, wir freuen uns riesig, dass ihr heute so zahlreich in den Stadtgarten gekommen seid, um zu zeigen, dass die schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen eine sichere Fahrradinfrastruktur benötigen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Da sind wir wieder im Stadtgarten. Ich danke euch für die tolle Tour. Ich danke insbesondere aber auch der Polizei Essen, die super mitgemacht hat und uns gesichert hat. Und besonderen Dank auch für die Ermöglichung dieser Trinkpause. Ich glaube, die war auch ganz wichtig, dass wir da einfach noch mal ein bisschen durchatmen konnten bei dem tollen Wetter heute. Ihr dürft gerne noch hierbleiben. Ihr könnt noch Eis sammeln, also ausgeben und selbst essen natürlich. Wir haben auch noch Getränke, hat man ja zwischendurch auch schon gesagt. Und ich kümmere mich noch mal um Eis für die Polizei. Was ich euch gerade alles erzählt habe, findet ihr auf der Website des Rathentscheid beim Projekt Kidicle Mars. Dort findet ihr auch unsere Petition, die wir bei der Herbstausfahrt an Herrn Kufen übergeben wollen. Jetzt wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende, gute Heimfahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!